Der Preis für ein Barrel Rohöl ist in den vergangenen Wochen um rund 50 Prozent eingebrochen. Und Händler erwarten höchstens kurzfristig eine Erholung. Eine Folge, wer heute Heizöl ordert, muss meist fünf Wochen warten, bis Aral oder Shell liefern. Kaufen oder warten? Viele stellen sich derzeit die Frage, wo geht die Reise hin? Das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Ich glaube, der Ölpreis folgt auch der Entwicklung der Weltwirtschaft. Wenn wir sehen, dass wir jetzt richtig in eine Rezession reinschlittern, dann kann das wirklich sein, dass der Ölpreis auch noch tiefer geht, als er jetzt ist. 60 Dollar, ob es noch die 50 Dollar bis 50 Dollar runter geht, ist schwer zu sagen. Wenn wir aber hingegen sehen, dass die Weltwirtschaft doch nicht so schlimm bestellt ist, dann kann es durchaus sein, dass der Ölpreis wieder hoch geht. Und dass wir dann auch sogar wieder Notierungen von 100 Dollar sehen. Also der Ölpreis hängt wirklich an der Entwicklung der Weltwirtschaft. Die OPEC hat eine Kürzung der Produktion angekündigt. Wird das Auswirkungen haben auf den Ölpreis? Das hat jetzt eigentlich schon Auswirkungen gehabt. Also wir waren schon bei, ich glaube, 64, 65 Dollar. Und jetzt gehen wir näher und wünschen wieder den 75 Dollar. Also das hat sicher eine Auswirkung. Ganz einfach Gesetze von Angebot und Nachfrage. Es wird dann weniger Angebot da sein. Bei, ich sag mal, dann doch gleichbleibender Nachfrage und dann steigt halt der Preis. Die Verbraucher freuen sich natürlich darüber, wenn der Ölpreis fällt, wenn der Spritpreis fällt. Aber das Ganze hat sicherlich auch negative Auswirkungen. Ich glaube, das ist eine kurzfristige Freude. Also wir zahlen jetzt vielleicht 20 Cent pro Liter weniger für den Liter Benzin. Aber die Gefahr ist, dass jetzt die Ölkonzerne, die jetzt gerade begonnen haben zu investieren und neue Felder zu erschließen, möglicherweise teure Felder zu erschließen in mehrere tausend Metern Tiefe unter dem Meer. Das kostet ja viel, viel Geld. Und die wollen natürlich dann auch einen Return haben, eine Renditeeinkünfte. Und dass die jetzt sagen, wir machen das jetzt dann doch lieber nicht, wenn der Preis jetzt so fällt. Das kann den Ölmarkt auf Dauer in eine ganz, ganz heikle Situation bringen. Auf der einen Seite fällt der Ölpreis, der Spritpreis zieht mit. Auf der anderen Seite fällt der Ölpreis zwar, aber die Gaspreise fallen nicht. Woran liegt das? Ja, es ist halt so eine Sache. Also wir haben ja in Deutschland die Gaspreiskopplung. Das heißt, der Gaspreis ist an die Entwicklung des Ölpreises gekoppelt, lehnt sich an. Allerdings mit einem halben Jahr Verzögerung. Und im Moment ziehen wir noch nach dem Anstieg des Ölpreises, den es vor einem halben Jahr gegeben hat. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Im halben Jahr werden die Gaspreise dann auch wieder fallen. Selbst wenn der Ölpreis in dem Moment dann steigt, wird der Gaspreis runtergehen, eben aufgrund dieser Verzögerung vom halben Jahr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.